Achtung, bevor ihr die Mission Native Negotiations startet, vergesst nicht, nehmt den Koffer aus der Basis mit. Er befindet sich im Zelt neben den Helikopterlandeplätzen. Begebt euch am besten zur Landing Zone Charlie 1. Von dort aus kämpft ihr euch ins Zentrum der Stadt vor. Hier müsst ihr die Autowerkstatt finden. Dort befindet sich ein weißer LKW, auf dessen Beifahrersitz könnt ihr das Paket ablegen. Kämpft euch nun zurück zur Landing Zone Charlie 1 und schließt die Mission erfolgreich ab. Viel Spaß in Grace und Warfare, euer Küni